Heute machen wir eine Variante vom Passen, dafür sucht ihr euch eine Wand, geht am besten ganz nah dran, habt den Ball ungefähr auf Kopfhöhle, versucht das mit einer Hand immer dagegen zu machen. Davon machen wir einfach 20 Sekunden, schön schnelle Wiederholung, wenn der Ball mal runterfällt einfach weiter machen. So, dann, wenn das zu schwer ist, dürft ihr gerne beide Hände nehmen, heißt auf Kopfhöhle und dann immer beide Hände dagegen. Auf ja 20 Sekunden. Und wenn ihr das ganz gut könnt, macht ihr das dann mal mit der linken Hand. Einfach ausprobieren, viel Spaß.